Ist den Menschen in Deutschland schon mal aufgefallen, dass dieses ganze politische Rechts, Links, Salafisten oder irgendwas anderes total egal ist? Jeder von euch hat Frauen und Kinder. Jeder von euch hat irgendjemand, den er hier mag, ob es die Mama ist oder eine Verwandte oder irgendwas anderes. Und ihr blendet alle gekonnt aus, dass im Moment das Problem ist, wenn die Freibäder öffnen, die Jugendlichen und jungen Männer werden nicht bestraft, sie haben Druck. Und wenn die Freibäder öffnen, dann wird hier jede Frau und jedes Kind freiwillig sein. Das kann man sehen, wie man möchte. Und damit meine ich, jede Nationalität, die in Deutschland lebt, ist damit betroffen. Jeder von uns hat Frauen und Kinder. Und jeder von uns, der das nicht sehen möchte, der wird sich danach ganz böse umgucken. Denkt mal bitte drüber nach. Es ist scheißegal, ob das jetzt ein Verbrecher ist, ob das jetzt ein Rechter ist, ein Linker, ein Salafist, ob es jetzt im Endeffekt ein Zuhälter oder irgendwas anderes ist. Jeder von euch hat Familie. Ihr sagt immer, oh, das betrifft nur die und das betrifft nur die. Nein, es betrifft euch alle. Jeder Verbrecher in diesem Land, jeder gute Mensch in diesem Land, jeder Mensch, der hier eine Frau hat, ein Kind hat, was er schützen möchte, die betrifft es. Denkt mal bitte drüber nach. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr abends feiern gegangen seid und ihr habt eine Diskothek, wo zu viele Männer drin sind, dann sagt irgendwann der Betreiber zu den Türstehern, wir haben Männerüberschuss und wir machen jetzt den Laden dicht und lassen keine Männer mehr rein. Die Frage ist einfach, wie kann ich mir das in einer Diskothek vorstellen, dass es funktioniert? Und im Land, wo das gleiche Prinzip ist, da wird das dann ausgeblendet. Und im Land, wo das gleiche Prinzip ist, da wird das dann ausgeblendet.